ja hallo und willkommen zurück zu unserem ersten rätsel da würde ich euch bitten einfach mal mir danach feedback zu geben was ihr davon gehalten habt auf jeden fall wir suchen in diesem fall einen leichten begriff und zwar suchen wir etwas aus der kategorie gebäude stadt in der richtung ja ich fange direkt mal mit einer zusätzlichen erklärebene an wir suchen ein gebäude oder eine stadt die ein gebäude oder eine stadt enthält welches und ich habe den hier stehen lassen welches groß ist ein großes gebäude und über eine über zeit uhr oder mit dem verlauf der zeit zu tun hat außerdem hat dieses gebäude oder gehört diese stadt nicht das gebäude über die stadt oder das gebäude zu einem platz einem land oder einer flagge mit den farben rot blau und weiß und das ganze irgendwie so kreuz mäßig angeordnet einen habe ich noch für euch dieses gebäude diese stadt hat eine frau diese frau hat die macht oder politische führung oder generell die führung und beachtet bitte hier wo ich den würfel hingelegt habe wir sind ja noch ganz am anfang daher rede ich so viel normalerweise würde ich das alles schweigend hinter mich bringen okay an dieser stelle bin ich eigentlich schon mal fertig ich hoffe es ist relativ klar was gemeint ist ich kann natürlich daneben liegen also ich habe ja auch nur den begriff für den ich dann hier die würfel lege und da muss man mal gucken ob ich richtig liege oder ob ich euch mehr verwirre und dann werden wir mal gucken wie das hier weitergeht okay ich hoffe es gefällt euch wenn es euch gefällt denkt dran diesmal wirklich den like button zu nutzen sowieso aber auch zu abonnieren damit ihr von diesen kleinen rätseln damit ihr davon nichts verpasst ich plane die regelmäßig herauszubringen wie regelmäßig weiß ich noch nicht hängt auch davon ab so ein bisschen wie das feedback für dieses rätsel ist und ansonsten war es das für heute schon bis zum nächsten mal euer panemetsatcensus